Für uns ist es Zeit geworden, zu einer hormonfreien Verhütungsmethode zu wechseln. Da haben wir Persona entdeckt. Das ist so ein kleiner Monitor, der zwei Hormone im Urin misst, die für meinen Zyklus verantwortlich sind. Rote Tag, erhöht das Schwangerschaftsrisiko. Grüner Tag, Zeit für die Liebe. Natürliche Verhütung ohne Nebenwirkungen. Persona.